Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es um die VFX aus meinem letzten Kurzfilm High Desert. Viel Spaß! Wir haben in keinem vorherigen Libimonian-Projekt wirklich groß VFX gemacht. Ich habe vielleicht hier mal was entfernt, aber dann hört das Ganze auch schon auf. Ein bisschen rumgespielt am Computer, hat glaube ich jeder schon mal, der eine Zeit lang Film gemacht hat. Aber groß was gemacht hatten wir noch nicht. Ich war immer und bin nach wie vor Fan, alles praktisch zu machen, was halt irgendwie geht. Nur als ich High Desert geschrieben habe, wurde mir relativ früh klar, okay Leo, an einigen Stellen schaffst du es nicht, das praktisch zu machen, da musst du am Computer dran. Viele Sachen konnten wir dann praktisch bzw. teilpraktisch machen, das waren dann kleinere Masken auf Jobs oder überwiegend geschickte Schnitte einfach. Zwei große VFX-Baustellen gab es aber. Aber bevor wir damit jetzt anfangen, ein kurzer Disclaimer. Ich bin kein VFX-Experte, ich bin ein Filmemacher-Allrounder. Ich habe ein bisschen Ahnung von Visual Effects, aber wirklich nur sehr, sehr klein. Ich teile in diesem Video meine Herangehensweise. Falls irgendjemand von euch weiß, wie man das Ganze effizienter, besser gestalten könnte, gerne damit konstruktiv unten in die Kommentare. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal anfangen. Baustelle Nummer 1 war Szene 2, der Schwarze Raum. Den habe ich aus Molton gebaut, weißes Tuch drüber. Die Idee war, möglichst viel Licht reinzubauen und den Rest dann einfach in die Post zu schieben. War eine super blöde Idee, weil ich wollte einfach nur in der Post das Schwarz runterziehen und der Rest sollte sich eigentlich von alleine erledigen. Tat es dann aber nicht. Wir haben zu viel Licht da reingepackt, vor allem zu viel weiches Licht, auch auf den Hintergrund, was dafür gesorgt hat, dass es einfach so hell war, dass wenn ich das Schwarz zu weit runtergezogen habe, Samu einfach mit verschwunden ist, vor allen Dingen seine Hose. Im Nachhinein würde ich versuchen, weniger Licht auf den Hintergrund, vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand zwischen unserem Darsteller und dem Hintergrund hinzukriegen, um die Lichtverhältnisse da anzupassen und vor allen Dingen unserem Darsteller noch mal ein Hairlight zu geben, wie jetzt mir hier, einfach um ihn ein bisschen mehr vom Hintergrund zu unterscheiden. Aber nachher ist man immer schlauer mit ein bisschen Rumgespiele mit Garbage-Mats, das heißt ausschneiden, welchen Bereich unnötig ist, weil damit interagiert der sowieso nicht und dann sehr, sehr viel Rumgetweak mit unterschiedlichsten Kurven. Anschließend ein bisschen Glow und viel Glück im Color-Grade ist das Ganze dann so zusammengekommen, wie es jetzt ist und eigentlich mit einem recht guten Ergebnis. Eine kleine Sump-Baustelle gab es dabei noch und zwar hatte unser Darsteller zwei verschiedene Socken an. Die eine davon war schwarz. Die hast du schon am Set kaum gesehen, wenn er auf dem Molton stand. Deswegen war uns klar, die würde komplett runterfallen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte auch, dass seine Socke diesen Glow bekommt und habe deswegen am Set dran gedacht, ein grünes Tuch drunter zu legen. Er konnte dadurch seinen Fuß ausschneiden und komplett separat betrachten, was das Ganze deutlich einfacher gemacht hat. Blöderweise haben wir zwei Totalen drin. In einer habe ich das mit dem Socken gemacht, in anderen habe ich es leider nicht gemacht. Deswegen verschwindet sein Socken auf magische Art und Weise. Die zweite große Baustelle war die deutlich spektakulärere Baustelle, weil wir da mit Greenscreen gearbeitet haben und zwar Szene 6, das Verschwinden der Möbel. Ich finde es toll, wie ich so Star Wars-mäßige Namen für unsere Szenen gefunden habe. Wir haben leider nur einen sehr, sehr, sehr schlechten Greenscreen, den ich irgendwann mal bei meinem allerersten Fotosetup war, der dabei. Und wir haben mittlerweile deutlich besseres Equipment ansonsten, aber dieser Greenscreen ist halt noch uralt, weil wir ihn kaum benutzen. Und dann war ich so, okay, gut, versuchen wir es halt damit. Wir haben den vernünftig gespannt, wir haben den vernünftig ausgeleuchtet, aber die Kamera hat so flach aufgezeichnet, dass ich einfach keinen Key greifen konnte. Das Problem habe ich einfach gelöst, indem ich einen Proxy mit ein bisschen leichten Grade und vor allen Dingen ordentlich geboosteten Grün drüber gelegt habe und das Ganze dann von diesem Proxy gearbeitet habe. Dann war unser Greenscreen auch noch zu klein. Das war eigentlich das viel düvere Problem, weil unser Darsteller für so 3-4 Sekunden nicht komplett im Greenscreen stand und ich ihn dann halt per Hand rumrotoskopieren musste, was mich so ungefähr 20, 30 Stunden an Arbeit gekostet hat. Aber das ist relativ entspannte, nervige Arbeit. Also du setzt dich halt hin, guckst irgendeine Serie und rotoskopierst ihn dabei, ein paar Stunden machst das ein, zwei Tage und dann hast du es eigentlich auch. Das Ganze war leider nicht perfekt. An einigen Stellen sieht man es, aber da hatte ich dann einfach keinen Bock, nochmal mich 3-4 Stunden hinzusetzen und einfach nur diese 5 Frames anzupassen, damit man das da nicht sieht. Als ich den rotoskopiert hatte, habe ich einfach nur noch den Greenscreen Key gezogen, habe den Hintergrund transparent gemacht, was man jetzt auch hier hinter mir sieht und anschließend den Hintergrund drunter gesetzt, da das Timing ein bisschen abgepasst, bis es so gepasst hat mit seiner Drehung und fertig war die Szene. Alles andere war zum Glück praktisch und wird vermutlich auch in Zukunft eher praktisch bleiben, weil mir aufgefallen ist, dieses für VFX Schießen macht, glaube ich, extrem Spaß, aber nur wenn du jemanden hast, dem das auch richtig, richtig Spaß macht. Mir hat das hier und da, habe ich mich auch mal drauf gefreut, jetzt ein bisschen das zu machen, ein bisschen Abwechslung, aber insgesamt war das doch mehr ein Kampf als eine Freude, die ganzen VFX zu machen und das Schießen davon dauert einfach viel, viel länger, als wenn ich es praktisch mache. Und viele Sachen gehen halt auch einfach, einfach praktisch. Wenn eine Tür auf Geisterhand zufallen soll, dann überleg dir einen Seilzug, wie du so die Tür zuziehst. Wenn eine Tür verschwinden soll, mitten im Wald, wenn eine Tür mitten im Wald aufgemacht werden soll und dann verschwinden soll, dann hol dir zwei Leute, die an dieser Tür rumziehen, bis die Tür verschwindet, damit der Shot einfach in einem Take gemacht werden kann. Das hat eine ganz andere Ästhetik und für die Leute, die Filme machen, lieber draußen am Set machen, ist das garantiert die bessere Lösung. Das heißt nicht, dass VFX blöd ist, das heißt einfach nur, dass es mir nicht so viel Spaß macht wie anderen Leuten. Aber ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt fresh und ciao. Es tut mir übrigens leid, wenn ich dieses, das nächste und das letzte Video immer so komisch geguckt habe. Ich habe Ewigkeiten keinen YouTube mehr gemacht und ich habe jetzt einen Monitor und der ist so über der Kamera und das ist gefährlich. Eventuell ändere ich das noch in zukünftigen Videos. Oh, ausmachen. in möglichermen. Ich bin, das geschafft.